Party Peoples! Was kommst du denn her? Ist der von da oben runter gefallen? Oh! Sarg! Looten! Nichts drin! Schade! Hier haben wir gerade alle Missionen bei Cyberpunk. Das wird noch ein bisschen dauern. Uh, die haben einen Keller. Wow, fuck! Entschuldigung. Danke. Gut, der ist auch weg. Oh! Kleiner! Kannst du ein bisschen langsamer laufen, bitte? Ich erinnere mich ein bisschen an den Orgel von Bombay Chow aus der Serie. Von der MTV damals. Ist mir gerade das Ding ins Gesicht gefallen, deswegen habe ich mir wehgetan. Hier wird nichts gespoilert. Ich will sehr geplündert. Oh, der hat die Munition mitgenommen. Falls er noch im Tod noch ein bisschen rumballern will. Also ich fand Star Wars Dingsvollen Order fand ich ziemlich gut. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Hat sich auch gut angefühlt. Das Lichtschwert kämpfen, etc. und alles. Echt Laune gemacht. Ja, Sonnebüchse 6 habe ich schon. Zerlegen. Versteckte Essenskiste. Ah, die habe ich schon. Gefütterte Kapuze nehmen wir mal mit. Die ist nämlich auch Stufe 6. Schlimm ist bei EA Play mit drin, genau. Also kann man, kann es eigentlich nicht falsch machen, außer die Zeit nutzen, um es runterzuladen. Ein kleines Mervs Labor. Guck mal, das habe ich auch bei mir in der Basis gebaut. War angemalt an der Wand. Also bei mir hat EA Play schon gelohnt. Ich habe da drei Spiele gespielt und damit hatte ich das Geld wieder drin. Anstatt sie mir zu kaufen. Ich spiele sie ja eh nur einmal durch. Ich habe noch richtig viel Zeit. Schmeißt du hier nicht mal eine Handtasche ins Grab. Anscheinend ist hier irgendjemand lebendig begraben worden, wie es sich anhört. Okay, der Sack ist leer. Der auch. Da ist kein Grabstein. Oh. Ja, der wird dann auch leer sein. Hier sind die sehr gelehrt. Was ist das für ein Billo Friedhof? Leichen sich schon alle aus den Gräbern geflohen. Mit ihren Hab und Gut. Ja genau, man kann sich auch einfach das Monats Abo holen. Das kostet ja auch nicht die Welt. Oder hat man es ja auch schon. Safe. Brauerei. Sheriff. Easy Goods. Dukes General. Bats. Games. Battleworks. Damit kann ich was anfangen. Hallo? Ich bräuchte einen Schmelztiegel. Verkaufen sie hier sowas. Hallo? Sie sehen so aus, als ob sie in einen Schmelztiegel gefallen sind. Könnten sie mir den verkaufen? Nicht? Das ist ja ärgerlich. Oh, der L4 Hammer. Der kommt immer auf die Gebiete an. Und wie es eingestellt ist. Ich habe alles auf Standard eingestellt. Und es ist mitten am Tag. Da sind auch wenige unterwegs und vor allen Dingen langsamer. Alles klar, Twitcher. Eine schöne, guten Schlaf. Schlaf gut. Oder einen schönen Start in die Woche ebenfalls. Okay. Volle Wave am Laufen. Treibstoffes Auto. Hey! Ich suche einen Schmelztiegel. Vielleicht helfen diese Schläger auf ihren Kopf, mir weiterhelfen zu können. Anscheinend nicht. Damn. Dokumente, Verbände, Dose Rindfleisch, meine mental ist voll. Mal kurz ein Moped. Das ist eine Leiter nach oben. Irgendwie führt jede Tür nach draußen. Was sollen das? Das hilft mich nicht. Hilft mich nicht! Und noch ein Moped. öffnen nachtanken reparieren wenn ich nötig gewesen jetzt habe ich wechselkit verbraucht so und wieder rein ja jubel habe ich auch kein abo weil ich ihr alle spiele da gekauft habe aber xbox game pass ist für mich praktisch und halt auch plus so das hat sich für mich schon gelohnt hier ist die leiter metalwork mäßig ist ja nicht so viele kurz die er mir andrehen kann ok ok hallo ist auch noch was extra ein dachgiebel für hier so eine dachspitze für weggelassen damit man einen rucksack hinlegen kann bestimmt gar nicht fahren das klingt super ein eisen genau da hatte ich das und die munition gelootet hand hoch ja jetzt muss ich natürlich wieder gucken wegen dem helmi weil der sieht so schön bekloppt aus aber der ist besser jetzt wieder wobei nicht unbedingt nur die heilbarkeit wir behalten trotzdem vollständigkeit selber wegen eine waffen pocket haben wir schon das verlegen robotik teile interessant kann auch zerlegt werden schade wollte ich da dass sie irgendein heftige schmiede häuschen finde man schmelztiegel ne in der west anstatt nur holz stülp eure palette und kutsche weit müde bei geschlafen brauchen nämlich den schmelztiegel damit wir geiles zeug machen können großer motorwerkzeug dann geil der war auch neu sobald las finden wahrscheinlich sehr oft da hinten ist die mission machen wir erstmal die mission ich will das ganze gebäude durch krass lazy horse ist das hier bestimmt komm wir gehen nochmal in die lazy horse hey foules pferd was geht wenn die tür wieder härter ist als der eingang als die wände bauplan stacheldraht mod da kann man püppeln angebracht werden so ein stacheldraht einfach um meine axt oder hier um einen vorschlag haben wir super bei baseball schläger stacheldraht könnte eine stylische waffe sein ja wir haben auch keine schmelztiegel dabei denkt man das wende türen stabilität ja ab moment gebraucht die bau über durch die wand ins geschäft anstatt durch die tür da ist ein leiter und ich versuche irgendwelche komische akrobatische sachen herzlich willkommen im ersten stock steil vorschlag haben wir ich hätte einen eisen vorschlag haben wir bauen können hätte ich mal geguckt treibstoff so hier haben wir noch ein pisspot oder auch nicht eine zementhütte mit dosenfleisch repair shop battleworks waren beiden drin oder ja drüben gibt es saat sollte mir auf die beschreibung der geschäft nicht verlassen bj welding hallo oh hi ich suche einen schmelztiegel keine idee hab ich dir gerade weggeschossen die idee ne damn you so ne man hab ich schon die fancy zeug aus unsere westernstadt erst mal klimaanlagen genau so soll es sein wo habe ich sie bauen gefunden hallo jetzt auch wieder raus ja es heißt hier eine wüste ich weiß aber gerade deswegen hoffe ich dass wir ihren schmelzziegel finden er lebt noch ein bisschen lächerlich doch gerade aber noch eine werkbank versprechen kleine was los ich kann dir leider nicht helfen entschuldigung könntest du dich auch für diese danke nein die frech falsche war falsches werkzeug ja nee es ist warm ja aber es regnet doch was ist das für ein regen lava und dann den stacheldrahtmord rum und dann haben wir noch eine lederjacke glaube ich habe eine bleiben sie liegen ich will mich selbst zurecht ihre kollegen konnten wir auch nicht weiter helfen bei dem was ich suche ich bin dann nun ihre ganze siedlung und branden schatz ihre häuser was wir so toll könnte man die gebäude einfach anziehen dann wüsste man wenigstens wo man war schrubflintenteile und drei reparaturkits das war's mini kackscheune hallo hier im dosenvorder sehe ich zement 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 müll nicht zufriedenstellend was jeder anbieten nicht zum beispiel kina ist zu ende haben wir hier vorne weiter kina ist zufriedenstellend was auch immer die da im schrank machen kurze labor in der ecke hier im laden damals unter der ladentheke verkauft kina ist zufriedenstellend ich habe mich erschrocken schicken sie mir doch nicht reagieren immer ein bisschen über da gibt es nur ein zwei stunden erreicht das auch studie nachbarn hello ich komme von oben sieht so aus ob man da irgendwie hochkommt brot ist alle ja das ist blöd ja muss hier ein schnitzel machen entschuldigen entschuldigen sie ladies ich bin gerade ein wenig außer puste sie müssen sich kurz gedulden ja da musst du irgendwas anderes die also ich habe ich habe ich habe noch rottoast und katzenfutter dass ein müll das anderen schatz finde mehr schrott und beute vom katzenfutter so hallo da unten da kann man da liegt doch noch einer in einem tresen entschuldigen sie ich weiß sie können mich nicht beraten deswegen erschieße sie einfach was sie haben die medikamentenschrank kaputt gemacht die drecksack wo sind dosenfutter lässt er mir hier stehen dieser sack alter da ist wieder eine lampe die mich nach hinten weist aber dass ein fuß in die schießen will hat er hat da hallo warte bestimmt bleibt wieder irgendjemand von oben doch gott raketenwerfer teile ich konnte alles mitnehmen geil viel erfolg viel spaß in der küche fuck vogel hier ich glaube wieder so eine verrückte wer parkt hier immer da oben war der jumpscare spot fluch nochmal shotgun messias mehr waffenteile wir sind noch nicht begann und fun oder auch wenn wir nicht mehr die 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 was kann ich schon da du jetzt weißt wie du dich wie du dich zu bewegen hast kommst du im fall einer rutschung meist heil davon allein durch eingestürzte minenschächte vollautomatische feuer modus hast du jetzt jeden treffer eine hohe chance an den gegnern wieder zu strecken mehr voll helfen mir mal ein bisschen mit der tür hier hallo haben sie bald mal hallo ich habe gehört hier ist eine minenexpedition im gange so das muss auf jeden fall mit okay das da war das andere von anderes dosen essen zwei shotgun messiers kisten working stiff tools steife tools arbeiten schauen wir mal ein eisen reparatur geht's und eine stein schaufel die ich nicht mehr brauchen das ist eine falle vor okay ich bin die ganze straße durch was haben wir hier scherif 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 sind das die wo ich schauen kann aber ich habe keine niedrige mehr das so habe ich schon die schwierigkeit darin einen gut aussehen staubmantel hinzubekommen der dich der hitze kühl bleiben lässt und in kälte auch nicht schlecht abschneidet habe ich sie nicht an lederstaubmantel ja ja stimmt er hat beides das mit dem schrank bis ehrlich geigen mal kurz zum moped packen ein paar sachen rein so Huh? Fangen vorne an, da wo die Mission ist Shin, Ram, Yun, was ist das? Das ist diese Fertignudel-Dinger Hallo, soll ich euch hier drinnen rumbringen? Anscheinend ja, gibt es hier Alkohol? Hallo, draußen stand dran Brauerei Ist da Alkohol drin? Nee, Chili für Chili-Docs Woher kommen Sie denn her, junge Frau? Oh, aus... Ach, schade Ist voll fake hier Wir haben einen Bruch geschmiert Seid stolz Chris, alles klar, ich wünsche eine schöne gute Nacht und einen schönen Start in die Woche Wir bringen auch nur diesen Tag hier zu Ende Dann reicht das auch für heute Würde ich sagen Aber wir haben ja noch die Western-Stadt vor uns Bisschen Zeit ist ja noch Scheiße, ist das spät Ich habe gerade mal auf die echte Uhr geguckt Entschuldigung Ja, hallo Oh Ey, da ist so viel cooles Zeug dran, ne? Ich habe ein richtiger Waffelladen hier Okay Ich habe mich runtergefallen, ne? Genau, dann bin ich hier rüber und dann bin ich hier durch den Fußboden gefallen Aber da oben geht es noch hoch Ich glaube, ich muss mal einen neuen Weg bauen because of the time Waaaah Hallo... Tür sesam öffne dich oder so ich glaube menschenhandel ist aktuell nicht in so hohen kurs voll die fans die beleuchtung die ladys du bist überlastet du bist überlastet so wie viel kostet es habe ich erst so gelesen hatte ich gelesen was los mit hier wie viel so das war die hälfte der straße da is no earth forget about two earths die triche die triche ich suche schmelztiegel auch in seinen gedanken konnte ich keinen schmelztiegel finden boah bei earths ist voll scheiße gehen wir zum nachbarn hey earths nachbarin sie sind ein einhorn ha 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 das ist voll süß bis ein bisschen dumm ne so hüftschaden eingedonnert was ist das eigentliche schwimmbad oh das ist öffentliches baden oder so gruselig versuch's machen wir haben ja die triche drei schreate 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 stufe 6 bogen ihr habt das schlössert nacken kann man leveln das ist äh äh oh ja Was ist das? Ja, das habe ich auch geskillt. Ich bin der sexuelle Tyrannosaurus bin ich. Das musste ich schon alleine wegen des Namens skillen. Hier ist Schleißattacken. Spezialisier dich auf schonungslose nicht enden wollende Angriffe und verschlage deinen Opfern mit deiner eisernen Ausdauer nicht nur die Sprache. Hat sie nicht gehört. Entschuldigung. Pinsel habe ich schon. Werkbank. Ich glaube aus den Chemietischen habe ich Stahl auch bekommen. Stahl ist schwierig. Wann kann ich ein Motorrad bauen? Das ist wirklich crazy. Was ist das? Puh, 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 puh. Oh, okay. ich weiß nicht wie ich schon habe komplett auch nicht die auf jeden fall die video gehen mit diesem für die ak